Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Unboxing-Video und zwar schauen wir auch uns diesmal wieder den Boxdopter von Sandical Rising an und schauen mal was da drinnen ist. Und falls ihr natürlich das Video vom Setbooster übersehen habt, werde ich euch das oben verlinken, dass ihr auch alles schön mitbekommt, was hier auf dem Channel passiert. Wir machen es auf. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Premium oder eine sehr gute Karte gibt, aber wir schauen uns einfach an, was da drinnen ist. Oh mein Gott, geil. Es ist eins von den Ländern, die was sehr begehrt sind. Geil. Marib Meser. Und sie kann man tappen. Pay a life. Sacrifice a reed meser and search your livery for a mountain and plains card put into on the battlefield then show for your livery. Geile Sache. Also wirklich, wirklich sehr geil. Ja, würde mich natürlich in erster Linie interessieren, was war bei euch im Boxdopter drinnen? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Und wie immer bewertet das Video und wenn ihr neu dazu gestoßen seid, würde mich natürlich über ein Abo freuen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Reinschauen in diesem kleinen Video. Viel Spaß bei eurer Unboxings. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis demnächst.